Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein weiteres Update und zwar mit Nachrichten aus China. Des Weiteren werden wir uns die neuen Updates zum Model 3 anschauen. Es hat einige Veränderungen auf der Website gegeben und das werden wir uns heute alles im Detail anschauen. Und dementsprechend starten wir doch gleich mal rein und danke, dass du dir heute deine kostbare Zeit genommen hast, um dir dieses Video anzuschauen. Und wir starten mit der Stadt Qingdao in China. Jetzt mag es eine Stadt sein, die ihr noch nie gehört habt, aber es ist eine Stadt, die relativ groß ist und auch am Meer ist, also auch einen Hafen hat. Und laut lokalen chinesischen Nachrichten, die ich jetzt natürlich nicht bewerten kann, ob das richtig ist oder nicht, denn der Artikel ist auf Chinesisch gewesen. Ich habe nur eine Übersetzung von jemandem aus China bekommen. Soll es so sein, dass Qingdao die zweite Fabrik hier bekommt, die Tesla in China bauen wird? Jetzt wird man sich erstmal überlegen, eine zweite Fabrik macht ja überhaupt gar keinen Sinn, warum soll man noch eine in China bauen? Es gibt viele andere interessante Plätze auf der Welt, wo man jetzt die nächste Fabrik bauen könnte. Es ist wie gesagt noch nicht offiziell, aber es würde tatsächlich strategisch gesehen Sinn machen. Und das möchte ich einmal ganz kurz erklären und ihr könnt natürlich gerne eure Meinung darunter geben, ob ihr diesem zustimmt. Also als allererstes ist es natürlich so, dass Tesla hier in China einfach die Fabrik so schnell hochgefahren hat. Es gibt so, so viele neue Rekorde. Inzwischen teilweise über zweieinhalbtausend Autos auf dem Parkplatz gleichzeitig. Selbst der Parkplatz selber reicht im Prinzip eigentlich schon fast gar nicht mehr aus. Und ja, dementsprechend muss man natürlich auch in die Zukunft schauen. Die Produktion wird auch nicht Halt machen. Man wird die Fabrik natürlich in Zukunft auch weiter noch hochfahren müssen, sofern die Nachfrage da ist. Und wir wissen alle, dass es an dem Thema Nachfrage gerade nicht scheitert. Dementsprechend würde eine zweite Fabrik Sinn machen aus zweierlei Gründen. Wir haben einerseits die Möglichkeit, dass ja irgendwann das Kompaktauto kommt. Das Kompaktauto, was ja dann eine günstigere Variante als das Model 3 Standard Range wäre, müsste natürlich in einem Land gebaut werden, wo die Kosten so niedrig gehalten werden können, dass Tesla damit überhaupt noch Geld verdient. Und das ist ja das Problem, wenn du ein adäquates Auto anbieten möchtest im Elektrobereich, vor allem wenn es um die 25.000 Dollar sein sollte, was ja die gerüchteweise der Preis ist, dann muss man natürlich schauen, wo man das produziert. Und das könnte natürlich dort in Qingdao passieren. Wenn wir jetzt mal bedenken, dass das vielleicht offiziell Anfang des Jahres bekannt gegeben werden würde, dann hätten wir sowieso noch bis 2023 ungefähr kein Auto aus dieser Fabrik. Und 2023 wiederum ist dann ein Zeitpunkt, der natürlich dann für Tesla sehr interessant ist, denn das ist ungefähr der Zeitplan, mit dem man auch davon ausgehen kann, dass dann solch ein Auto kommen wird. Denn in 2023 sollte dann auch der Cybertruck ja gelaufen sein, der sollte produziert werden. Und der Semi sollte auch hoffentlich dann in der Produktion sein. Und somit sollten alle Autos, die Tesla geplant hat, die noch immer in der Pipeline sind, dann endlich fertig sein. Wenn wir gerade nach Grünheide schauen, ist ganz wichtig, wir in Deutschland können also dann in Zukunft, wenn dieses passieren würde, entsprechend erwarten, dass dieses Kompaktauto beziehungsweise noch mehr und länger Autos aus China kommen könnten. Es könnten natürlich auch noch die zwei Fabriken getrennt werden, zu einer Fabrik, die nur für China China produziert und einer, die rein auf den Export geht. Auch das macht ja gerade Shanghai beides zusammen. Ein weiteres Update, was wir uns natürlich auch noch anschauen müssen, ist das Model 3. Und zwar das Model 3 hat verlängerte Lieferzeiten. Das ist erstmal nichts Neues bei Tesla und wir wissen, dass natürlich die Nachfrage extrem hoch ist zurzeit. Und das Model 3 Performance soll erst für uns hier in Deutschland wieder erreichbar sein im Februar 2022. Das Model 3 maximale Reichweite ist inzwischen dann doch noch im Dezember 2021 zu bekommen. Also das scheint noch gut zu funktionieren. Und das Model 3 Standard Range, und da komme ich nochmal drauf zurück auf den Namen gleich, hat eine Lieferzeit bis Februar 2022. Da sehen wir dann auch einfach mal die unfassbare Nachfrage. Dieses Auto ist ein Auto gewesen, was ich am Anfang immer gedacht habe, ja, ist halt nicht so interessant. Aber inzwischen auch mit dem Update der Kilometer ist es wirklich interessant für viele neue Tesla-Kunden. Und zwar inzwischen jetzt mit den 491 Kilometern offiziell auf der Website. Erinnert euch noch an die Videos, die ich gemacht hatte, wo ich verkündet hatte, dass die 448 Kilometer upgedatet werden auf 491 Kilometer. Jetzt war es so, dass in der Zwischenzeit die Website immer noch den alten Betrag angezeigt hat, die alte Reichweite, aber schon erste Nutzer das neue Tesla Model 3 Standard Range bekommen haben. Und das bedeutet, auch die Reichweiten in Amerika wurden gleichzeitig erhöht, aber das bedeutet auch für uns hier, dass wir entsprechend jetzt ein Model 3 mit Standard Range für 491 Kilometern bekommen können. Das war die Frage, die auch einige hier in der Community hatten. Ist das jetzt sicher? Ja, es scheint jetzt sicher zu sein. Es ist auf der Website. Und des Weiteren ist es so, dass dann auch wahrscheinlich der LFP-Akku da drin ist und somit dann auch von den 55 Kilowattstunden auf 60 Kilowattstunden das Upgrade stattfindet. Des Weiteren hat Tesla auch in Amerika, aber auch in Deutschland Upgrades zu der Website gegeben. Gerne mal draufschauen. Vor allem, wenn es um das Thema Reifen geht, wenn ihr einen größeren Zoll habt, also nicht 19 Zoll Reifen, sondern zum Beispiel 20 Zoll Reifen, hat Tesla inzwischen Updates gegeben, dass das natürlich auch die Reichweite beeinflusst. Auch wenn es nur minimal ist, sie geben das jetzt auf der Website an und das finde ich transparent und fair für einen neuen Kunden. Des Weiteren, auch wenn wir gerade nach Osten schauen, noch mal für euch, es sind neue Autos angekommen aus China und zwar in Zeebrügge. Also für all diejenigen, die jetzt auf ein Model 3 warten, vielleicht ist euer Model 3 auch hier schon dabei. Des Weiteren, in Amerika ist jetzt bekannt geworden, dass Hertz tatsächlich wohl schon die ersten Model 3 bekommen hat. Ich gehe mal davon aus, als das bekannt gegeben worden ist, dass die Bestellung bei Tesla schon stattgefunden hatte und das vielleicht auch schon ein bisschen länger her war. Auf jeden Fall sollen hier angeblich die ersten Model 3 jetzt übergeben worden sein. Und wie gesagt, auch wenn Teslas CEO Elon Musk gesagt hat, dass es keinen Vertrag gibt, vergesst nicht, sie haben manuell auf der Website gebucht und dementsprechend muss eigentlich auch kein Vertrag da sein. Sie haben eben halt ganz normal ohne Rabatt gebucht und das wurde ja auch von Hertz bestätigt. Also dementsprechend ist es ein super Deal für Tesla. Es gibt noch Spekulationen, dass auch die Model Y-Variante dann gebucht werden wird und gekauft wird. Da müssen wir erst mal abwarten. Und es ist so, dass es eine enorme Nachfrage bei Hertz wohl geben soll. Also dementsprechend warten wir mal ab, was da noch für Updates von Hertz Seite kommen. Ich möchte mich nochmal bei dir bedanken, dass du dir heute Zeit genommen hast. Du magst vielleicht hören, dass ich ein bisschen verschnupft bin und ich hoffe, dass du trotzdem das Video mit meiner Stimme heute so aushalten konntest. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, dein Marian. Bis dann und tschüss.